So, Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ja, neue Woche, neues Minecraft. Also nicht so ganz neues Minecraft, aber zumindest neue Folgen. Ja, das auf jeden Fall. Sollen wir mal gucken. Wir haben ein bisschen Performance gespielt, das müsste es eigentlich besser laufen. Wir haben jetzt mal so ein bisschen gemerkt, dass es ab und zu so relativ starke Framerate Einbrüche gab. Das hat mir persönlich so gar nicht gefallen. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von ehrlich gesagt. Ich muss irgendwo noch so ein anderes Teil hinsetzen. Ja, manchmal nimmt er mehrere Blöcke, manchmal nicht. Das ist irgendwie ziemlich willkürlich, habe ich den Eindruck. So, was gesagt. So, leider meine einer hätte ja zumindest das hier gerne fertig. Wunder mich nicht. Ja, sieht doch ganz schnieg aus. Ich muss sagen, ich finde das echt cool. So, und dann gucken wir mal. Genau, ich würde jetzt hier gerne so eine kleine Brücke drüber basteln, aber dazu brauche ich bestimmte Steine. Jetzt müssen wir mal gucken. Oder Holz. Jetzt ist das Holz, wir haben wahrscheinlich gar nichts mehr. Fichte doch. Guck mal, da haben wir noch ein bisschen Fichte. Achja, da habe ich sogar noch ein bisschen Holz. Ist ja cool. Ja, das gefällt mir. Jetzt muss ich mir gucken. Hm, das machen wir hier. Jetzt bin ich am Grübeln, wie wir das am besten machen. Also eine Idee, wäre, wir können es mal ausprobieren, das so zu machen in der Art. Ja, also das kommt dann hier weg, das ist nur Platzhalter, damit wir das hier so entsprechend hinpacken können. Das wäre jetzt so eine Idee. Okay, oder aber wir machen dann von Treppe hin. Ja, wir müssen das eh mal machen. Äh, genau. So, du kommst weg da. Ja, so richtig zufrieden bin ich damit nicht, aber es wäre auf jeden Fall eine Option. Jetzt können wir gleich mal direkt vergleichen, was uns besser gefällt. Das oder das? Also ich würde sagen, das mit der Treppe gefällt mir besser, ne? Genau. Ja, warum auch nicht? Gut, die Position muss noch eine andere werden, ne? Das ist ein bisschen doof hier. Toll. Das liebe ich ja. Ausgerechnet dann geht's kaputt. Ja, aber jetzt müssen wir ein paar Fackeln hin, dass hier nichts spawnen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ja. Muss es ja nicht provozieren oder darauf anlegen, ne? Ja, genau. Ja, das definitiv. Das soll ins Bettchen gehen. Ja, letzte Woche ziemlich viel passiert. Ziemlich viele neue Sachen. Ähm, das eine oder andere getestet. Ach, ja. Ja, von dem einen oder anderen getrennt, ähm, was so die Videos angeht. Oh, Fischis. Ziemlich viele Fische. Wir brauchen eine Angel. Habe ich schon Angelfäden? Müssen wir mal gucken. So, okay. Also ich möchte auf jeden Fall hier gerne irgendwann hier rüber. Das heißt, eigentlich würde es sich fast anbieten, sondern wir machen das hier gerade zu. Würde ich sagen. Ja, das ist nur so eine kleine Brücke. Richtig. Ja, dann kommt man hier hoch und kann dann irgendwo da hinten hängen oder man geht halt hier so gerade rüber. Und dann, genau. So. Ich brauche gerade noch meine Axt. Das habe ich nicht vergessen. Ah, ja. Sehr schön. Ja, wie gesagt, wir müssen das ein bisschen erweitern. Tut mir echt leid. Ähm, ich werde mir noch Stützpfeiler oder irgendwas einfallen lassen, die wir hier schräg an den Baum anbringen. So. So langsam, aber sicher müssen wir uns darum kümmern, dass wir hier nicht verhungern. Wäre zumindest keine schlechte Idee, ne? Finde ich auch. Wobei ich eigentlich unten gerne ein Häuschen bauen würde. So ein kleines Ackerhäuschen. So, so ein kleines Haus, wo die Sachen drin sind. Da stellen wir ein paar Fässer hin. So eine Anglerhütte oder sowas, ne? Hier oben, das ist halt so unser High Society Wellness Plaza. Hm. Ja. Es bräuchte Treppenstufen. Dililililip. 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 Dilililip. Dililililip. So, hier haben wir schon ein paar. So. Wunderwöchernhaft. Reichen wird das nicht, aber zumindest ist das ein bisschen was. Hm. Jetzt habe ich schon extra eine Treppe gebaut, und damit nutze ich sie nicht. Ist das nicht schrecklich? Ja, ne? Ist irgendwie immer so. Ah, da muss noch eine Reihe Steine ran. Das passt so nicht. Ah, da müssen wir gleich schon wieder Bäume fällen. Ah, grausam. Nein! Oh! Wie doof von mir. Schrecklich, ey. Hat man das einfach vergessen. Und hier machen wir dann entsprechend einfach Zaun hin. So. Das geht ja relativ unproblematisch. Auch wenn wir jetzt schon sehen, dass wir doch irgendwie viel zu wenig von den Treppenstufen gemacht haben. Naja, aber immerhin. Was für Zäune haben wir denn? Tropenholzzaun. Oh, das passt sich eigentlich ganz gut, ne? Finde ich ja auch. Mehr oder weniger. So, komm her. Kommst du jetzt da drauf? Hm. Ja, wir müssen das hier noch hübsch machen, ne? Mit den Fackeln und allem drum und dran. Das muss noch hübsch was hin. Also, ich hab ne. Toll. Hätte ich vielleicht ein paar mehr machen sollen. So. Dann war da mal Fichte. Ja, dann machen wir daraus die ganz viele Stöcke. Also, für viel mehr reicht's nicht. Ja, toll. Ah. Machen wir ja noch hier einen Baum. Du musst noch kurz runtergehen, die Sachen fällen, oder? Ja, machen wir noch. Ich hab grad gekutzt wegen der Aufnahmezeit, aber das passt ganz gut. Ich mach mir noch so ein bisschen die Gedanken, weil die... Ach, ne. Können wir nicht machen. Ich brauche erst... ...etwas Essentielles, um Holz fällen zu können. Was ich, äh, fast vergessen hätte. Ja, weil ich halt so schuselig bin, ne? Äh... Was brauchen wir denn dafür? Tja, ähm... Okay, davon haben wir gar nichts da. Nein. Oh, da rausgehe ich eine. Okay. Übrigens, ach so, seht ihr. Ähm, hab ich gar nicht erzählt. Das ist jetzt die Preview. Also die Vorversion, bevor alles funktioniert. Der 1.16er Version. Das heißt, wir haben jetzt alle Sachen drinne. Und der Nether ist jetzt auch so, wie er sein soll. Jetzt ist natürlich nur die Sache... Das Update, also das Texture Pack, was wir nutzen, damit das so schnieker aussieht. Lassen wir das drin? Oder nehmen wir es raus, damit wir es so erleben, wie es erlebt werden soll? Das ist jetzt so eine Sache... Da bin ich mir nicht so ganz sicher, muss ich ehrlich zugeben, ne? Ich mag es, wie es aussieht. Ich finde das Texture Pack ziemlich cool. Ich weiß, dass es aber vielen anderen nicht so geht. Ich muss aber sagen, also gerade in Kombination mit dem... Wie heißt das denn? Mit dem Shader? Das sieht echt genial aus, ne? Das war ganz schön gefährlich, das damit zu machen. Naja, egal. Ah. Okay, mit der Fickel, alles niederbrenne. Ja, gestern, ähm... Also, gestern, ja, passt. Ich habe in der Formel 1 gesehen. Das erste Rennen der Saison. Und mega krass. Es ist nicht mal die Hälfte der Autos ist ins Ziel gekommen. Irgendwie 13... Ja, also von 24 Autos... Ah, 24 oder 22? 24 war es. Ist auf jeden Fall weniger als die Hälfte reingekommen. Ähm... Sehr, sehr viel ausgefallen. Ziemlich cool. Ja, 22 stimmt, Süsste. 24 sind wir nicht mehr. 22. Oh. Ja, wenn es 22 sind, dann ist genau die Hälfte ausgefallen. Süsste. Na, ich war irgendwie, warum auch immer, noch bei 24 Autos. Aber das ist schon lange, lange nicht mehr. Lange, 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 lange. So, so richtig erst mal lange. Das lohnt sich hier gerade. So, wenn es dann noch endlich ein bisschen übersichtlicher wird, ne? Das ist gar nicht so verkehrt. Du musst euch doch gerade gehören. Was hat zum Wies ein? Was ist der Trinkenfisch noch? Puh! Schwein gehabt, würde ich sagen. Ach, guck mal, einen Apfel sogar noch bekommen. Na, das ist ja herrlich. Da liegt auch noch einer rum. Also, dann hat sich das ja schon gelohnt. Das ist doch wieder ganz schön dunkel geworden hier, ne? Ich höre das nicht daran, dass wir das Wasser haben von oben runter rieken lassen. Genau, das ist besser. Ah. Echt jetzt? Ich stehe schon direkt daneben. Und dann will er es mir trotzdem nicht geben, ne? Hark. Na, egal. Gehen wir lieber schnell nach oben, bevor noch irgendwas kommt. Es wird nämlich schon wieder dunkel. Ja, das ist momentan so ein komischer Rhythmus. Da ich das ein bisschen ausprobiert habe wegen der Performance. Ähm. Aber ich bin zufrieden. Also klar, es ist jetzt nicht optimal, ne? Der Shader frisst doch ziemlich viele Ressourcen. Das verstehe ich da nicht. Andere Spiele in 4K und alles mögliche sind mit Ultra-Settings locker spielbar. Aber Minecraft? Tja, gute Frage. Naja, egal. Das läuft zumindest jetzt ordentlich. Von daher brauche ich mir keine Gedanken machen. Tja, dann können wir hier den Sound weitermachen, dass hier keiner mehr runterfällt, ne? Muss ja noch einen Abstand für die Fackeln uns ausdenken. 3 könnte eigentlich auch ganz gut aussehen. Das ist nicht zu nah. Auch nicht zu weit. Naja, mal gucken. Oh, Türen zu. Aha. Und dann genießen wir diesen wunderbaren Sonnenuntergang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir kommen ja auch ganz gut voran. Ihr könnt ja auch mal so in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen würdet, was ihr denkt. So, hey, das ist für meine coole Sache. Das könntest du eigentlich mal basteln. Ähm. Und dann können wir das ja dann in den nächsten Folgen so umsetzen. Also, in diesem Sinne. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.